Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal tatsächlich kein Video, kein Let's Play, kein gar nichts, sondern ein kleines Tutorial. Wie zur Hölle benutzt man Mods im Supermarkt-Simulator? Es ist total einfach, wenn ihr einmal wisst, wie es funktioniert. Ich helfe euch dabei jetzt ganz kurz und ich hoffe, dann könnt ihr auch alle die Mods genießen vom Supermarkt-Simulator. Als allererstes empfehle ich jedem von euch da draußen, saved eure Save-Files. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, eure Spieldateien werden eben speziell abgespeichert und wenn die weg sind oder kaputt sind, dann sind all eure Spieldaten weg. Das heißt, euer ganzer Supermarkt ist auf null zurückgesetzt worden. Als allererstes gehen wir dafür einfach auf unseren Desktop, erstellen uns einen kleinen neuen Ordner mit Rechtsklick neu und nennen den einfach Supermarkt-Simulator-Save-Files. Dann drückt ihr die Windows-Taste und R und dann öffnet sich unten links ein kleines Fenster. Und dort gebt ihr ein App-Data. Es öffnet sich ein neues Fenster und hier habt ihr jetzt Local, Local Low und Roaming. Ihr müsst in Local Low reingehen. Und hier sucht ihr jetzt den Nocta Games Ordner. Und dann würde ich euch empfehlen, hier wie ihr seht, sind hier die Save-Files drin. Nehmt ihr einfach diesen Ordner, also ihr klickt da einmal drauf, drückt STRG-C und kopiert das hier in euren Desktop-Ordner rein. Das heißt also, ihr öffnet den und dann drückt ihr einfach STRG-V zum reinkopieren. So, ich habe das natürlich jetzt gemacht, deswegen muss ich jetzt hier die Dateien ersetzen. Und so habt ihr eure Save-Files sicher. Hätten wir das schon mal aus der Welt geschafft. Dann kommen wir jetzt zu den eigentlichen Mods. Dafür geht ihr am allerbesten einfach mal ganz kurz in die Beschreibung, hier unter diesem Video. Und da gibt es die Seite Nexus Mods. Und hier habt ihr schon sofort auf den ersten Blick sehr viele verschiedene Mods. Wir kümmern uns jetzt einfach mal, weil das war das allerkrass gefragteste bei mir, was ich auch am wichtigsten fand, den Portable Scanner. Ihr drückt also auf den Portable Scanner. Und hier stehen dann jetzt erstmal die Requirements, also was ihr dafür überhaupt braucht, um diese Mods zu benutzen. Und hier unten bei Installation steht es auch nochmal schwarz auf weiß. Wir müssen erst den Tobis Beb in X Melonen Loader Pack installieren, bevor wir überhaupt die normale Mod benutzen können. Dafür klickt ihr einfach hier unten auf diesen hervorgehobenen Text. Und dann kommt ihr zum Tobis Beb in X Melonen Loader oder wie auch immer der Bums hier heißt. Ihr könnt euch das Ganze hier durchlesen. Ich mache das jetzt einfach mal auf die Schnelle. Wir springen also einfach mal zum Installationspunkt runter. Und hier gehen wir auf den Download Link. Wir laden uns hier jetzt einfach mal die neueste Version runter. Die ist vom 21. Version 5.4.22. Manual Download. Dann kommt ihr hier auf so eine Seite und dann drückt ihr einfach auf Slow Download und in 4 Sekunden startet euer Download. Wow, bis hierhin klappt es ja ganz gut. Und jetzt kommen wir zu Punkt 2. Extract the contents of the Download Archive into the Game Folder. Ganz einfach als nächstes, ihr müsst jetzt in euren Game Folder vom Supermarket Simulator. Dabei geht ihr in eure Steam Bibliothek, geht auf den Supermarket Simulator, Eigenschaften. Dann habt ihr hier installierte Dateien. Und hier könnt ihr einfach auf Durchsuchen gehen. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr sofort in den Main Ordner von eurem Supermarket Simulator. Und genau da wollen wir hin. So, und jetzt habt ihr hier auf eurem Desktop, wenn ihr die Datei auch auf dem Desktop abgespeichert habt, die Datei vom Modloader. Und ihr nehmt jetzt einfach all diese Dateien, die da drin sind vom Modloader. Und zieht die in den Hauptordner rein vom Supermarket Simulator. So, ich muss natürlich jetzt die Dateien ersetzen, weil ich habe es halt schon gemacht. Das mache ich mal ganz kurz für alle Elemente wiederholen. Und jetzt wird praktisch einfach nur der Modloader installiert. So, fertig. Jetzt haben wir den Modloader installiert. Wir starten jetzt einmal ganz kurz das Spiel, einfach mal um die Dateien zu laden. Und danach kümmern wir uns sofort um die richtige Mod. So, jetzt klicken wir ganz kurz auf Fortfahren. Dann müssten wir in unserer Welt sein. So, hier Juan und Rodrigo warten hier schon auf uns. Und jetzt tappen wir einfach wieder raus. Als nächstes brauchen wir die richtige Mod an sich. Und dafür gehen wir jetzt wieder zurück. Hier der Portable Scanner. Und laden uns jetzt den Portable Scanner herunter. Dafür gehen wir auf Files und klicken hier auf die neueste Version. Die ist auch vom 21. Und hier auf Manual Download. Download, da wird auch nochmal ganz kurz darauf hingewiesen, dass wir ja den Modloader brauchen, den wir ja jetzt gerade installiert haben. Der Download startet in ein paar Sekunden. Und jetzt haben wir hier den Portable Scanner Mod Folder. Den öffnen wir. Und dort drin findet ihr nur eine einzige Datei. Und zwar eine Portable Scanner DLL. Wow! Und diese DLL, das steht auch auf der Internetseite dabei. Diese Datei kommt jetzt in den BEP InEx Ordner rein. Dafür geht ihr einfach wieder in den Hauptordner und in den BEP InEx Ordner. Tada! Und hier haben wir jetzt noch einen Ordner, der heißt Plugins. So, und hier, wie ihr sehen könnt, ist auch schon die Datei da drin, weil ich sie ja selber auch schon ausprobiert habe. Und hier zieht ihr jetzt einfach die Portable Scanner DLL rein. Ich ersetze das hier nochmal einfach mal ganz kurz für euch, damit ihr das auch seht. Und jetzt haben wir den Portable Scanner im Spiel. Ganz kurz noch ein kleiner Tipp an euch. Ich hatte am Anfang das Problem, ich habe das Spiel gestartet, ich habe alles richtig installiert, genauso wie es da stand. Aber die Mod funktionierte einfach nicht. Ich habe herausgefunden für mich selber, ich weiß nicht, ob das da irgendwo auch drin stand, kann gut sein, dass ich das überlesen habe. Das Problem kann man ganz einfach beheben. Und zwar, indem ihr auf die Supermarkt-Simulator-Exe geht, also hier, rechtsklick darauf macht, Eigenschaften. Und dann macht ihr einfach bei Kompletibilitätsmodus Programm als Administrator ausführen. Da habe ich einfach einen Haken dran gemacht. Das heißt also, jedes Mal, wenn ihr den Supermarkt-Simulator spielt, wird das Programm als Administrator ausgeführt. Und das hat das Problem bei mir behoben. Vielleicht hat das Problem auch der ein oder andere, dann müsst ihr das machen. Wenn ihr das aber nicht habt, dann braucht ihr das gar nicht als Administrator ausführen. So, und wir springen jetzt einfach mal sofort ins Spiel rein und gucken mal, ob unsere Mod denn funktioniert hat. Und jetzt müsst ihr eigentlich einfach nur die F-Taste oder die mittlere Maustaste drücken, um einfach nur zu gucken, ob ein Geräusch kommt. Bei uns kommt jetzt noch kein Geräusch, was vollkommen okay ist. Dafür gehen wir an den PC, öffnen mal ganz kurz den normalen Markt und gehen in den Einkaufswagen rein. Und jetzt müsst ihr theoretisch, wenn ihr F drückt oder zu einem Regal hingeht, der Scanner kommen. Jedes Mal, wenn ihr F drückt, werden also eure Produkte gescannt und die landen sofort in eurem Warenkorb. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und es funktioniert bei euch selber auch. Falls ihr irgendwelche Probleme habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß zwar nicht, ob ich euch dabei helfen kann, dann schriftlich, aber vielleicht hat ja der ein oder andere auch ein Problem und könnte euch dann dabei helfen. Theoretisch, wenn ihr das genauso befolgt, wie es da steht oder jetzt, wie ich es gemacht habe, dann müsste es eigentlich funktionieren. Vergesst, wie gesagt, nicht das Programm als Administrator auszuführen. Und dann sollte hoffentlich der Supermarkt-Simulator mit Mods bei euch funktionieren. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Und ich hoffe, dass natürlich, wie gesagt, die Mods bei euch funktionieren. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es funktioniert hat. Oder wie gesagt, wenn es nicht funktioniert hat, einen Kommentar. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dankeschön, dass ihr da wart und hoffentlich bis bald. Euer Yoshi. Tschüss.